Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die sehr gute Bewertung passt zu einem Fünf-Sterne-Platz. Auch der Reisemobilhafen vor der Schranke ist prämiert und darf das Markenlogo Top-Platz tragen. Für die Kinder steht ein Spielplatz mit allem drum und dran und in den Sommerferien ein professionelles Animationsteam zur Verfügung. Für die Erkundung des Nationalparks Fischland Darst Zings lohnt es sich Fahrräder mitzunehmen. Wer keins dabei hat, kann sich auf dem Campingplatz eines ausleihen. Im Mittelpunkt stehen Entspannung und kulinarisches Vergnügen. Entspannung bietet die Fresenlounge. Drei verschiedene Saunen, ein Solarium, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, Kosmetik- und Fußpflege- sowie Massageangebote warten in der Wellnessanlage auf erholungsbedürftige Camper. Kulinarisch finden die Gäste ein breites Spektrum. Von dem großen Sortiment täglich frischer Brötchen im Campi-Shop, über einen Imbiss mit deftigen Mahlzeiten, bis hin zum Star des Platzes, dem Restaurant zum Deichgrafen. Hier verwöhnt der Junior-Chef seine Gäste mit junger, kreativer und erstklassiger Küche. Nur wenige Campingplätze in Europa erreichen ein solches gastronomisches Niveau. Kein Wunder, dass der Deichgraf auch bei Einheimischen sehr beliebt ist. Campingplatz Fresenbruch. Das ist Entspannung und Genuss inmitten der herrlichen Natur des Nationalparks, Vorpommersche Boddenlandschaft und den schönen Farben der Ostsee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017